Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Pockas. Das ist die 16. Folge, heute mit dem Thema Auseinandersetzung mit dem Tod. Mein Name ist Ramon Gartmann. Schön, bist du wieder dabei. Der Tod ist noch immer ein grosses Tabuthema. Zwar nicht mehr so, dass man nicht darüber sprechen darf, aber die ganzen Emotionen dazu, das Gefühl, dass der Tod nicht richtig sei, dass es einfach der größte Fehler im Leben an und für sich ist. Das bewirkt so viel Leid und Qual und deshalb ist es mir eine große Freude, hier darüber zu sprechen heute. Ich habe in der Podcast-Folge 11 um mein Nahtoderlebnis erzählt. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, lege ich dir das sehr ans Herz, da rein zu hören. Es ist sehr ermutigend und schön, aus dieser Geschichte zu hören, was ich denn erlebt habe, was nach der Grenze vom Tod kommt, genauso wie tausende von anderen Menschen, die von diesen Ebenen berichten und zwar so, dass man wirklich auch wissenschaftlich, analytisch zum Schluss kommen muss, hey, diese Ebenen sind real. Für alle, die es erlebt haben, ist es sowieso keine Frage, aber nicht jeder hat eine Nahtoderfahrung in seinem Schatzkistchen der Erlebnisse und da ist es doch auch wertvoll, sich so damit auseinander zu ersetzen und von diesen Erfahrungen von anderen Menschen zu profitieren. Warum gerade heute das Thema hier ist, ist die Geschichte mit Lynn, die ich schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe. Ich habe damals erzählt, dass Selina und ich geträumt haben, dass Lynn zurückkommt, dass ich mir sicher bin, dass ich sie bald wieder in den Armen halten werde und dass alles gut ist. Das war meine Interpretation davon. Diese Träume und das ganze Gefühl, dass alles gut ist mit Lynn, das hat dazu geführt, dass ich davon ausgegangen bin, dass sie wieder zurückkommt, physisch. Nun ist es aber anders gekommen. Es war nicht physisch, wie sie zurückgekommen ist, sondern sie ist in ihrer Seele und wieder präsent hier. Wir dürfen fühlen, wie gut es ihr geht, wie schön es für sie war, den Schritt zu tun, über den Tod hinaus diese große Transformation einzugehen. Ich habe ein wunderschönes Feedback bekommen auf Instagram, auf die ganze Geschichte mit Lynn. Nachdem ich dann erzählt habe in den Storys, dass sie nicht wieder da ist, hat mir jemand geschrieben, was für ein Kompliment an euch, an Selina, mich, unsere Familie, dass Lynn, nachdem sie erst eine Woche bei euch war, nun schon die Geborgenheit hatte, diesen mutigen Schritt zu gehen. Und das ist sehr schön auf den Punkt gebracht, weil darum geht es. Über den Tod zu gehen, braucht ganz viel Mut. Das führt in eine Auseinandersetzung mit den tiefsten Ängsten und führt in ein so wundervolles Erlebnis, wie man es gar nicht mehr mit Worten beschreiben kann. Und unser ganzes Leben lang flüchten wir eigentlich vor diesen tiefsten Schichten, vor diesen tiefsten Ängsten, die gerade ums Thema Tod hochkommen, um dann ironischerweise, wenn es dann soweit ist, dass wir sterben, zu merken, dass dieses ganze Flüchten umsonst war. Und so kann man sagen, je früher in seinem Leben man sich mit dem Tod auseinandersetzt, und zwar nicht nur gedanklich, sondern wirklich emotional an das Thema rangeht, wirklich den Mut aufbringt, zu fühlen, was da für Gefühle und für Ängste damit verbunden sind, und dann auch lernen zu differenzieren zwischen diesen Prägungen und Ängsten, die man hat, und der Realität, der Atmosphäre rund um den Tod. Umso mehr findet man ins Leben, umso mehr wird das Leben zu dem, was wir wirklich wollen. Warum sollen wir warten, bis wir sterben, um zu merken, dass alles voller Leichtigkeit und schön ist und dass die Schwere, die wir das ganze physische Leben lang gespürt haben, immer nur eine Illusion war? Lasst uns doch viel lieber so schnell wie möglich damit beginnen, unsere tiefsten Ängste anzuschauen. Jeder Mensch ist konfrontiert mit dem Thema Tod in seinem Leben, früher oder später. Bei mir war das schon sehr früh der Fall. Ich habe immer wieder erzählt von meiner sehr offenen Wahrnehmung, dass ich schon als Kind Astralreisen gemacht habe, dass ich diese anderen Ebenen erkannt habe, wahrgenommen habe. Da bin ich natürlich auch oft in Kontakt gekommen mit verstorbenen Menschen, die noch so von der Energie her sehr verbunden waren, mit der Physis hier, aber auch im Übergang ins sogenannte Jenseits, wobei ich diesen Begriff nicht unbedingt sehr glücklich finde, gewählt finde. Das gibt immer so ein Gefühl von großer Distanz, das Jenseits, als wäre da ein riesen Fluss in der Mitte, der kaum zu überqueren wäre und wenn man mal drüber geht, kommt man nicht mehr zurück und das stimmt alles so nicht. Das ist eigentlich genauso diesseitig wie unser Erlebnis hier. Es wird auch sehr schnell sehr wissenschaftlich, es hat mit dieser ganzen Dunkelmaterie zu tun, von der man auch ausgehen muss, dass die da ist, dass es also eine tatsächliche, reale Welt, die hier ist. Sie ist nur für unsere Wahrnehmung noch nicht so umfänglich fassbar. Es gibt Menschen wie mich, die mit einer sehr offenen Wahrnehmung in diese Welt gekommen sind. Wir sehen diese Energien, wir können mit verstorbenen Menschen sprechen, wir nehmen die Spirits an unserer Seite ganz stark und klar wahr, wir kennen die verschiedenen Dimensionen von Existenz, aber nicht nur Menschen mit einer so stark geöffneten Wahrnehmung haben Erfahrungen mit diesem Jenseits, was eigentlich ein Diesseits ist, sondern auch du. Jeder einzelne Mensch kennt zum Beispiel gerade um das Thema Tod herum die Erfahrung, dass wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, dass da einfach Dinge geschehen nachher, wo man ganz klar spürt, hey, ich habe gerade ein Zeichen bekommen, dass diese Seele, dieser Mensch, den ich so geliebt habe, dass der immer noch da ist, einfach in einer anderen Form. manchmal kommt genau im richtigen Moment ein Lied im Radio, was vielleicht sehr verbunden hat mit diesem Menschen und man spürt einfach, das ist mehr als ein Zufall, ein Windstoß bei der Beerdigung und du siehst die Blätter herumwirben und plötzlich macht es so Klick und es wird eine Magie spürbar und du spürst die Verbindung zur Seelenwelt und du merkst, ich habe gerade ein Zeichen bekommen oder sie kommen in den Träumen wieder. Es gibt Umfragen diesbezüglich und wenn ich es recht im Kopf habe, sind so um die 80% aller Menschen geben an, schon solche Erlebnisse gemacht zu haben. Das ist eine Zahl, die einfach überzeugen sollte und überzeugen muss. Wo wir eher anstehen, ist darin, dass wir Angst haben, dass wir uns vielleicht nur Hoffnungen machen, dass wir uns vielleicht nur etwas einbilden, um Trost zu finden, was gar nicht so wäre. Aufgrund meiner Erfahrungen in meinem Leben kann ich einfach zu 100% sagen, hey, es ist gar keine Frage. Das Leben geht weiter mit dem Tod. Das ist auch das, was ich meinen Kindern weitergebe. Das Leben hört nie auf. Man lebt physisch als Mensch. Ich bin Ramon. Du bist du. Wir leben dieses Leben. Wir sterben, aber das Leben an sich hört nicht auf. Und es ist auch nicht plötzlich das Ich weg oder sowas, sondern das, was du als Ich empfindest. Jetzt nicht die Interpretationen aus deinen Prägungen über dich und so, sondern das reine Ich-Gefühl, was man gar nicht mehr in Worte fassen kann, sondern einfach die Essenz von Ich, die bleibt immer. Das hört nie auf. Und genau da liegen die größten Ängste. Tatsächlich haben wir eine unglaubliche Angst davor, dass wir uns auflösen würden. Und deshalb ist es so lohnenswert und gerade das Thema Tod ein so tiefer Türöffner, um dieser Angst einfach die Kraft zu nehmen. Wenn jemand gestorben ist in deiner Umgebung, du dich daran erinnerst, jetzt machen wir das wieder mit diesem Tiefdurchatmen. Das ist einfach eine so schöne Übung. Schließ doch bitte die Augen, atme tief durch, werde ganz ruhig innerlich. Du darfst dich einfach entspannen. Du darfst dir gerne vorstellen, dass du im Wald sitzt oder am Meer sitzt. Im Wald lauscht du dem Rascheln der Blätter. Falls du dir das Meer wählst, den Strand, dann lauschst du den Wellen. Atme ganz tief durch, du wirst immer ruhiger. Sehr gut. Und jetzt denkst du an einen Menschen oder an ein Wesen, vielleicht ist es auch ein Tier, an jemanden, der dir sehr nahe gestanden ist und der gestorben ist. Und jetzt bleibst du in dieser Ruhe. Du bist im Wald oder am Meer oder sonst an einem Ort, der dir gefällt. Du spürst die Kraft dieses Ortes. Du spürst die Geborgenheit, die Ruhe. Genau. Und jetzt denkst du wieder an die Seele, die gestorben ist. Du bleibst in der Mitte, du bleibst in dieser Ruhe. Atmest tief durch. Wenn dir jetzt das Atmen schwerfällt, dann gib dir einen Ruck. Atme wirklich trotzdem ganz tief ein und ganz tief aus. An diesem Punkt jetzt stehst du zum einen mit dem Frieden und der Wahrheit über den Tod in Kontakt, zum anderen mit dem Schmerz, mit den Vorstellungen, und die du darüber hast. Wenn du tief durchatmest, dann merkst du das wahrscheinlich, dass das so eine Trauer ist, so eine Schwere. Aber wenn du immer wieder zu diesem Bild zurückkehrst, dass du am Meer sitzt, dass du im Wald sitzt oder in den Bergen vielleicht. Und jedes Mal, wenn du zur Mitte zurückkommst, dann ist hier ein kleiner Hauch, ein kleiner Klick von Frieden. oder vielleicht ist er sogar groß bei dir. Und den pflegst du jetzt. Keine Angst, das ist keine komplizierte Aufgabe. Es ist eine ganz entspannte Sache. Du spürst diesen Frieden in der Mitte. Du denkst an die verstorbene Person, Tier oder Mensch, der dir nahe gestanden ist. Du spürst diesen Frieden in der Mitte. Atmest weiter tief durch. Und wenn du tief durchatmest, dann spürst du im Atem immer wieder ein kurzes Stocken oder dass es mal schwerer wird, mal weniger. Wenn wir das jetzt über eine Stunde gemeinsam machen würden, dann wärst du schon in der Integrationsarbeit, die sehr befreiend auf dein Leben wirkt. Das ist das, was ich mit dir mache im Coaching über Skype oder was wir gemeinsam machen im Seminar am 13. und 14. Oktober. im Kienthaler Hof in der Schweiz. Du hältst deine Mitte. In der Mitte fühlst du die Wahrheit. Da ist diese Ruhe. Da ist diese Kraft. Außenrum sind diese Schichten von Prägungen, von Ängsten. Das ist das, was immer wieder so zu Trauer und Schwere in deinem Körper führt. Du merkst aber, während du arbeitest, dass sich das immer wieder löst. Weil du einfach weitermachst und weil du deiner Mitte treu bleibst. Weil du immer wieder zurückkommst zu diesem Bild, wie du am Meer, im Wald, in den Bergen, an deinem Kraftort sitzt. So. Für heute lassen wir es so weit bei dieser inneren Arbeit. Es geht mir darum, dich mit dem Frieden zu koppeln, der den Tod umgibt. Und ich denke, du hast ihn gespürt. Vielleicht sanft, vielleicht auch sehr stark, aber du hast diesen Frieden gespürt in der Mitte. Das ist die Grundatmosphäre vom Tod an sich. Es geht auf diesen Frieden zu und es führt durch die Schichten aller Ängste. Ich bin schon mehrmals im Leben aufgrund auch meiner Lebensart. Ich habe sehr wild gelebt in meinen jungen Jahren. Mehrmals an den Tod herangekommen. Ich hatte sogar mehrere Nahtoderlebnisse. Und ich kenne das sehr gut. In dem Moment, wo du wirklich realisierst, jetzt bin ich dabei zu sterben, geht's los. Dann erlebst du erst alle diese Schichten von Ängsten und du wirst panisch und du hast Angst, dass das falsch ist, was geschieht und du hast Angst, den grössten Scheiß, den blödsten Fehler gemacht zu haben, den du machen kannst. Du denkst, du hättest das total vermasselt, du kriegst ein schlechtes Gewissen, du kriegst Angst davor, dich aufzulösen. Alle diese tiefen Ängste kommen hervor. Du kriegst Angst, alleine zu sein. Ganz prägnant an diesem Punkt. Das ist wirklich sehr beeindruckend und erst in einem ganz negativen Sinn hast du Angst, jetzt bist du alleine und du spürst, was es wirklich bedeutet, alleine zu sein. Und da werden alle diese Ängste aktiv. Und dann entscheidest du dich aber dafür, dich dem so zu widmen, wie es jetzt halt ist. Und dann gehst du durch diese Schichten durch und es war bei mir immer sehr unangenehm. Das ist der Grund dafür, warum ich die letzten zehn Jahre oder mehr so sehr dem gewidmet habe, diese unangenehmen Schichten wirklich alle freiwillig aufzusuchen und daran zu arbeiten. Meine Haupttrieb Feder, mein größtes Ziel war und ist es immer, ich möchte in völligem Frieden sterben. Den Übergang, diese größte Transformation ohne jegliche Aufregung und in völligem Frieden machen können. Das hat natürlich viel zu tun mit meiner Lebensgeschichte, dass ich auch mit acht Jahren vor der Tatsache stand, dass ich diese Welt jetzt verlassen werde, dass ich meine Familie dabei gesehen habe, wie sie gelitten haben darunter und dass ich da gemerkt habe, in Frieden zu gehen, ist der Schlüssel dafür, dass es wirklich auch allen gut geht mit dem Thema Tod. Tod. Somit ist der Tod an sich das vielleicht tiefste Werkzeug, um wirklich da arbeiten zu können, wo noch Vorstellungen vorhanden sind und Prägungen vorhanden sind, die nicht der Realität entsprechen. die Wahrheit über den Tod ist das, was du in dieser kurzen, geführten, inneren Reise vorhin gemerkt hast. Diese Ruhe und dieser Frieden, das ist die Wahrheit. das ist sowohl der Kern beim Tod, aber beim Tod ist es so, dass wir aus welchem Grund auch immer über einen Übergang gehen, wo wir diese Prägungen und diese Ängste nicht mitnehmen. Es ist wirklich ein Reset sozusagen, dass ich, die Essenz von ich und alles, was dir wirklich wichtig ist und was dich tatsächlich ausmacht, das ist nicht betroffen davon. Es ist wie ein läutern das Feuer, wo einfach alle Ängste und diese falschen Vorstellungen über das Leben nicht mitkommen können, aber deine wahre Essenz, die geht drüber. Deshalb sind Menschen und auch Hunde Lin ist total glücklich. Es ist so schön, mit ihrem Kontakt zu sein jetzt, weil sie einfach happy ist und auch stolz und froh, dass sie endlich diesen Schritt gemacht hat. Sie wollte schon lange sterben. Deshalb sind Seelen, die über den Tod gegangen sind, danach so unglaublich glücklich, weil sie die Wahrheit über ihr Wesen erkannt haben, dieser Transformation. Und deshalb ist es auch so ratsam, dass du die Geschichten von Menschen, die gestorben sind, vielleicht hast du sehr nahe Angehörige, die gestorben sind, in deiner Familie, vielleicht Geschwister oder Eltern oder Partner, vielleicht hast du etwas in der weiteren Verwandtschaft oder Freundeskreis Menschen, die gestorben sind, nimm das als Zugang für dich. Geh da nochmal hin. Öffne dieses Kapitel nochmal. So viel ist die der Kontakt mit dem Tod wird so oft einfach viel zu früh dann abgeschlossen. Ich kenne so viele Menschen, die nie durch den ganzen Trauerprozess hindurch gegangen sind, die nicht wirklich an den Punkt gelangt sind, wo sie vollumfänglich diesen Frieden wahrnehmen und fühlen konnten und das der Abschluss war. Viel zu oft ist es ein Punkt, wo man einfach sagt, so jetzt reicht es, ich möchte mich wieder dem Leben widmen, ich kann nicht mehr mit diesem Schmerz weitermachen, ich mache jetzt den Deckel drauf und fertig und das ist so schade. Das ist eine Schatzkiste, die man einfach stehen lässt, die man wieder verbuddelt und weitergeht. Buddel die wieder aus, geh nochmal dahin und öffne dich der Erfahrung, die du darin machen kannst. Wenn du den Kontakt erleben möchtest zu Menschen, die gestorben sind, das ist egal, wie lange das her ist, immer noch möglich. es gibt eine ganz einfache Übung, beispielsweise abends vor dem Einschlafen sagst du lieber, weiss nicht, Hannes, Peter, wer auch immer es war, ich möchte gerne ein Zeichen von dir, ich möchte wieder in Kontakt mit dir sein. Und dann schläfst du ein und das machst du jeden Abend, egal wie lange du das machen musst, was ist das für ein Aufwand abends einfach zu sagen, lieber verstorbener Freund, ich möchte gerne Kontakt zu dir. Das ist 10 Sekunden Aufwand. Dann machst du das Tage, Wochen, Monate, es wird funktionieren. In den allerselten Fällen dauert das Monate. Meistens ist es schon nach Tagen oder Wochen, wo du ein Zeichen kriegst, wo du in den Träumen anfängst, an Orte zu gelangen, wo du merkst, hey, ich schlafe ja irgendwie gar nicht, irgendwie bin ich wach hier oder ein Zeichen kommt, vielleicht auch in einem normalen Traum, wo du dieser Seele eben begegnest. Und dann als nächsten Schritt, wenn du dieser Seele begegnet bist, sagst du dir am Abend vor dem Einschlafen, liebe verstorbene Person, ich möchte gerne durch den Zugang zu dir das Thema Tod für mich aufarbeiten können. Und dann wird sich zeigen, ob das im Rahmen deines Weges liegt, dass diese Person dich begleitet, ob das so passt, und dann wirst du eine Antwort kriegen, du wirst es merken, dass da eine Begleitung gleich beginnt, oder vielleicht wird dir auch jemand anders vorgestellt, sozusagen, wirst du zu jemand anderem geführt, der dich da begleitet. Das sind so Kleinigkeiten, wir sind manchmal viel zu kompliziert im Denken, wir denken, das Thema Tod, da eine Auseinandersetzung, da muss ich jahrzehntelang tiefste Psychotherapie machen, das ist alles so schwer, aber es geht ganz einfach, einfach nur diese Bitte vor dem Einschlafen und schon geht es los, den Einstieg wirklich in ein Leben, wo spirituelle Ebenen ganz normal und natürlich und pragmatisch mit ins Leben integriert sind, der ist ganz einfach und lass dich bitte auch nicht zu sehr beeindrucken von Menschen, die eine super offene Wahrnehmung haben, wo du dann denkst, ach, der Ramon oder was weiß ich wer, die sehen alles und ich kann halt das nicht sehen und dann ist das Thema abgeschlossen. Du hast den Zugang zu einer ganz offenen Wahrnehmung, es braucht einfach nur ganz einfach Impulse und der wird sich öffnen und der wird über Jahre wachsen und was du dir wünschst zu haben an Wahrnehmung, das ist möglich, das ist ein Weg und du kannst den gehen mit ganz einfachen Schritten. Und lass dich auch nicht blenden, insbesondere in so spirituellen, besonders in esoterischen Bereichen sind ganz viele Menschen unterwegs, die haben noch Defizite, die sind nicht so im Reinen mit sich, die fühlen sich selbst klein und hässlich innerlich und die gleichen das aus, indem sie sich groß hinstellen und bei denen klingt dann das auch immer so, als wäre das so kompliziert, weil sie müssen ja besonders sein und was sie können, das muss schwer sein für alle anderen. Braucht es auch wirklich ein achtsames hingucken, wenn du Leute findest, die dich inspirieren, die von anderen Dimensionen und so erzählen. Da wirklich zu merken, hey, klingt das alles so, als wäre diese Person jetzt der Superman persönlich und kein anderer könnte das und möchte der sich einfach präsentieren damit oder kommt das ganz einfach logisch verständlich daher, sodass man sagen kann, ach, das ist ja wie eins plus eins. Ich habe nur immer gemeint, das sei so kompliziert, aber es ist ja alles ganz einfach. Dann ist es, ja, dann kommt es von jemandem, der wirklich von seinen inneren Prozessen her so weit ist, dass er oder sie das so transportieren kann, dass es ganz einfach wird, weil das ist die Wahrheit darüber. Ja, über das Thema Tod könnte man ein ganzes Seminar machen, wer weiß, vielleicht wird das auch mal so kommen, es ist ein wundervolles Thema, es führt durch die tiefsten Schmerzen, aber es führt ins tiefste Glück. Und ich empfehle dir wirklich von ganzem Herzen damit tief in Kontakt zu kommen. Wenn du mir vielleicht eine Geschichte erzählen möchtest oder vielleicht auch was, was ich auf den sozialen Medien oder so irgendwo weiter posten könnte, rund ums Thema Tod, das wäre eine ganz schöne Idee, dann schreibe mir doch an kontakt fanganzuleben.com deine Erlebnisse mit dem Tod, was hast du erlebt rund um den Tod, hast du jemanden begleitet, hast du Zeichen bekommen von Seelen, die verstorben sind und was hast du auf deinem Weg mit dem Thema Tod erlebt und ich würde das dann auf Instagram in den Storys so eine kleine Serie machen, wo ich diese Geschichten bringen würde oder wenn sie zu lang sind für Instagram Storys, vielleicht auch auf der Homepage, ich finde es auf jeden Fall, dieser Impuls ist jetzt gerade gekommen, aber ich finde den super. Bitte schreibt mir von euren Erfahrungen mit dem Tod auf kontaktet fanganzuleben.com lass uns dieses Projekt machen, das fühlt sich wundervoll an. Gut, das war es für diese Folge heute, was ich dir für diese Woche mitgeben möchte, ist, mach doch diese Übung vor dem Einschlafen, dass du die Seele rufst von einem Menschen oder Tier, den du sehr geliebt hast, dass du damit in Kontakt kommen möchtest und das ist auch schon alles. Lassen wir es so einfach, denn wie gesagt, es ist so einfach. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche und bis bald, Bye bye. Untertitelung. BR 2018